Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Update Video. Es ist wirklich einiges passiert in den letzten eineinhalb Tagen seit unserem letzten Video, denn die Bullen haben es tatsächlich geschafft, unsere grüne Support Box hier, von der wir im letzten Video gesprochen haben, zu halten und wir sind sogar noch über den Necklern von unserem bearischen Head & Shoulders Pattern darüber gekommen. Das heißt, wenn wir es heute schaffen, den Tag über 43.500 Dollar zu closen, Leute, und es sieht sehr schwer danach aus, dann haben wir dieses bearische Chartbet dann invalidiert und die Bullen haben es geschafft, eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, eben hier ein Reversal zu starten, geschafft. Was aber jetzt Short und Midterm auf uns zukommt, wie es mit neuen Trades aussieht, denn ihr wisst es, wir sind momentan oder ich bin momentan in keinen Trades, das erfahrt ihr natürlich im heutigen Video. Wenn euch das wie immer gefällt, solche kurzen, knackigen Update Videos, dann lasst gerne mal einen Daumen da. Vielen Dank für eure netten und lieben Kommentare in der Kommentarsektion natürlich. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns positives und natürlich auch negatives Feedback gebt, falls euch etwas nicht gefällt, denn auch an dem werden wir arbeiten. Und ganz, ganz wichtig, Leute, abonniert unseren YouTube-Kanal, aktiviert die kleine Glocke, drückt auf alle, um wirklich keine Videos mehr zu verpassen. Und wenn ihr wirklich up-to-date sein wollt, dann haben wir euch in der Videodescription unseren Instagram- und Twitter-Account verlinkt. Das heißt, auch gerne mal dort vorbeischauen, dort werden in den nächsten Tagen und Wochen auch wieder einige spannende Dinge auf euch zukommen. Aber Leute, ich will gar nicht lange drum herum reden, denn wir müssen natürlich das ganze Lob und unsere lieben Abonnenten am Laufenden halten und natürlich auch Leistung dafür bringen. Das heißt, wir springen gleich direkt in den Content und dann darf ich wie immer sagen, Leute, zurücklehnen und genießen. Herzlich willkommen zurück, Leute, hier auf unserem YouTube-Kanal Blockchain Now. Für die Leute, die neu dabei sind, mein Name ist Alessandro und ich bringe euch wie immer ein gutes Krypto-Update zum Bitcoin-US-Dollar-Chart. So, Leute, und wir verlieren auch keine Zeit, wir starten gleich direkt mit dem Weekly-Timeframe, denn hier gibt es etwas sehr, sehr Wichtiges zu erwähnen. Und dafür, Leute, werden wir die ganzen Drawings entfernen und werden die Exponential Moving Averages aktivieren. Ja, hier sind sie. So, Punkt A, Leute, man sieht, dass wir einen sehr, sehr langen Week nach unten hatten diese Woche. Diese Woche ist natürlich noch nicht vorbei, wir sind erst am Donnerstag und by the way, ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Donnerstagabend oder Freitag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Ich hoffe, ihr hattet alle einen erfolgreichen Tag, aber die Woche ist ja noch lang und deswegen, wir sehen hier einen sehr, sehr starken Week. Das heißt, wir haben noch viel Zeit für unsere Weekly Candle, aber es sieht sehr, sehr positiv trotzdem aus. Und was auch noch wichtig ist, Leute, wir haben über unserer gelben Linie die 21 Week EMA, also die 21 Exponential Moving Average Linie. Wenn wir diese halten können und wieder von ihr supportet werden und darüber schließen, wäre das ein sehr, sehr starkes Zeichen von den Bullen, denn sie haben dann diese Linie wirklich sehr, sehr stark verteidigt. Gut, wir gehen am Daily Chart weiter, Leute. Es wird wirklich ein sehr, sehr kurzes Video heute und dazu werden wir unsere Drawings wieder aktivieren. So, was ist jetzt ganz genau passiert? Wir werden das etwas wieder vergrößern und zwar, Leute, wir hatten im letzten Video angesprochen, dass wir hier eben diese blauen Necklern haben oder in mehreren Videos haben wir das angesprochen und eben ein bearisches Head & Shoulders Pattern geformt haben, aus dem wir nach unten ausgebrochen sind, sogar die Necklern getestet haben und dann nach unten gegangen sind. Und im letzten Video habe ich angesprochen, dass wir auf mehreren Timeframes in einem bearischen Trend waren und auch auf größeren Timeframes eher bearische Anzeichen haben. Deswegen habe ich gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, eben unser Measured Move Price Target hier in weiß von 36.000 Dollar zu erreichen. Aber wir haben auch immer wieder um die Signifikanz von dieser grünen Support Box gesprochen, Leute. Und ihr seht, Dollar to Dollar, diese Support Box hat als Support gehalten und die Bullen haben es eben wieder über diese Necklern geschafft. Warum bin ich jetzt noch nicht zu 100% Bullisch, Leute? Wir haben eben dieses Head & Shoulders Pattern zwar invalidiert, aber ich möchte hier wirklich sehen, dass wir dieses rote Rectangle, diese rote Zone auf Confluence hinter uns lassen und das Support bestätigen. Denn, auf den kleineren Timeframes werden wir sehen, die Bullen haben hier etwas Schwierigkeiten. Und das ist nicht so verwunderlich, denn wir hatten hier sehr, sehr lange Support, kurz vor unserem All-Time-High. Wir hatten hier Support und dann Resistance, als wir darunter gebrochen sind. Wir haben uns hier etwas schwer getan, darüber zu kommen. Als wir es darüber geschafft haben, konnten wir diese Zone aber immer wieder als Support halten und hier eben auch wieder massiv Support. Das heißt, die Bullen müssen es schaffen, diese Zone hier wieder zu durchbrechen und als Support zu bestätigen. Vielleicht ein, zweimal, wenn wir uns in dieser Zone bewegen, um dann wieder diese finale, horizontale Resistance-Linie hinter sich zu lassen und das Support zu bestätigen. Das heißt, ich werde jetzt übergeordnet, Leute, im Auge behalten, ob wir es schaffen, eben über die 45.150 Dollar zu kommen und eben, dass wir nicht mehr unter die 44.000 Dollar fallen. Das heißt, zwischen 44.000 und 45.000 Dollar ist momentan eine sehr, sehr wichtige Zone, die die Bullen brechen sollten. Und dann natürlich die nächste horizontale Resistance-Linie ist bei 46.700 Dollar. Ich glaube, es ist ziemlich obvious, eben, dass wir in diesem Bereich sehr, sehr viel Support und Resistance hatten. Und auch wenn wir eben zurückgehen in der Geschichte, dann hatten wir hier eben auch sehr, sehr viel Support und Resistance, wie man in dieser Zone sieht. Und natürlich eben auch hier. Das heißt, das sind die zwei Level to watch. Und dann möchte ich noch etwas auf, noch etwas eingehen, und zwar die EME-Ribbons, die Daily EME-Ribbons. Ihr wisst es, Leute, wir sind darunter. Und sollten wir diese Zone brechen, würden wir eben im Einklang auch die Daily EME-Ribbons wieder nach unten brechen. Das wäre eben natürlich, wir suchen in der technischen Analyse immer Confluence, das heißt immer Gemeinsamkeiten von mehreren Dingen. Und es wäre so eine Gemeinsamkeit, wenn wir das alles hinter uns lassen, eben, dass das eine weitere bullische Bestätigung wäre. Denn sollten wir hier eben von den Daily EME-Ribbons rejected werden und diese Zone wieder verlieren, dann müsste man hier ganz klar sagen, würden wir übergeordnet Lower Lows bilden. Und dann müsste man damit rechnen, dass wir vielleicht auch hier noch einen Lower Highs, natürlich bilden wir hier in diesem Fall. Und dann müssten wir eben auch vielleicht damit rechnen, dass wir hier ein Lower Low noch einmal bilden. Das heißt eben diese Zone sehr, sehr wichtig eben. Gut Leute, wie schaut jetzt mein Gameplan aus? Denn ich habe euch ja versprochen, dass ich euch neue Trades zeigen werde. Und zwar, ich persönlich werde die Sache wie so oft angehen, Leute. Ich werde versuchen hier wieder mich klar zu positionieren, Long Positionen zu öffnen, aber trotzdem mit etwas Vorsicht, denn ich habe gerade angesprochen, was eben die Gefahr ist, sollten wir einen Rollover sehen. Das heißt, ich werde hier, sollten wir über diese Resistance darüber kommen, werde ich bei 45.000 Dollar meine erste Long Position eröffnen. Sollten wir hier rejected werden, dann werde ich weitere Kauforders bei 44.000 Dollar platzieren. Also ich werde hier eben Limit Orders platzieren, bei 44.000 US-Dollar, bei 42.000 US-Dollar und noch einmal bei 40.000 US-Dollar. Denn man muss hier ganz klar sagen, auch wenn wir hier rejected werden und noch einmal hier runterfallen, dann sehe ich die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass wir wirklich noch einmal stark droppen. Und selbst sollten wir droppen, Leute, die Trading Strategie für einen Long Term Trade kennt ihr von meinem Kanal. Ich werde kleine Positionen wieder öffnen, hier am Weg nach oben mit diesem Market Orders, auch sehr, sehr kleine Positionen und immer mit einem Dreierhebel. Das heißt, unser Liquidationspreis liegt immer sehr, sehr weit entfernt und somit können wir diese Position immer sehr, sehr weit aufdoppeln. So werde ich es angehen. Das heißt, ihr wisst es, sollten wir 45.000 Dollar bestätigt als Support hinter uns lassen, werde ich hier die ersten Long Positionen eröffnen. Ganz, ganz wichtig. Gut, ich möchte hier am 4-Stunden-Chart weitergehen, Leute, denn ihr seht es, die 4-Stunden EMA-Ribbons sind bearish geflippt. Und nicht nur, dass wir eben in dieser Zone der Confluence eben sind mit Resistance, dass wir hier eben sehr, sehr viel Resistance haben. Nein, wir werden auch hier eben von den 4-Stunden EMA-Ribbons bekommen wir gerade eben Resistance hinein. Das heißt eben, das ist einfach die Zone, die wir brechen müssen. Ganz, ganz einfach gesagt, alles läuft in dieser Zone momentan zusammen und es geht nicht um diese Zone vorbei. Das heißt eben, sehr, sehr bullisches Zeichen, wenn wir diese Zone schaffen zu brechen. Und sollten wir diese Zone momentan nicht brechen, werde ich weder Long- noch Short-Positionen eröffnen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn das ist für mich eben das finale bullische Zeichen, dass die Bullen genug Power haben, um hier eben noch weiter zu pumpen. Wir schauen noch ganz kurz am 1-Stunden-Chart, Leute, denn was war hier ganz, ganz wichtig, wir werden die EMA-Ribbons deaktivieren, denn die sind schon bullisch geflippt. Aber es war hier sehr, sehr wichtig, Leute, dass die Bullen es eben hier geschafft haben, diesen ganz klaren Downtrend, man sieht es hier sehr, sehr viel Resistance gewesen, zu brechen. Und das war auch die finale Entscheidung, dass wir eben auch die Nägeln hier nach oben hindurchbrochen haben. Und wenn man hier am 1-Stunden-Chart etwas hineinzoomt, Leute, dann kann man auch hier erkennen eben, dass die Bullen es etwas schwierig gehabt haben, über diese erste rote Linie von unserem Rectangle zu kommen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier so ein kleines W-Pattern geformt. Das heißt, man könnte hier auch, wenn man mehr Risiko gehen will, Leute, schon früher Positionen öffnen. Und zwar hier, wenn, wir müssen natürlich auf einen Retest warten, aber wenn wir den Retest hier haben, von diesem W-Pattern, könnte uns das dabei helfen, hier nach oben zu pumpen. Ich werde euch natürlich auch das Preisziel noch von diesem W-Pattern geben, das wäre eine eher höhere, das wäre mit etwas mehr Risiko verbunden, Leute. Und ihr seht es, dieses W würde uns ganz genau hier auf die 45.000 Dollar bringen, aber man könnte hier eben, wenn man einen besseren Einstiegspunkt haben will und etwas mehr Risiko gehen will, eben schon hier diesen Trader öffnen, wenn wir einen positiven Retest haben. Also Retest heißt natürlich immer, Resistance oder diese Necklern als Support bestätigen und mit viel Volumen und Follow-Through weiter pumpen natürlich, ganz, ganz klar. Gut, Leute, das war es auch schon vom heutigen Video. Ich glaube, ihr wisst über alle brisanten und signifikanten Support- und Resistance-Zonen Bescheid. Das heißt, wenn euch das wie immer gefällt, lasst uns gerne einen Daumen da. Vielen, vielen Dank nochmal für eure lieben und netten Kommentare und euer Feedback. Das ist das, warum wir diese Videos machen und wir hoffen euch natürlich, damit weiterzuhelfen. Also dann, Leute, habt es gut. Wir sehen uns morgen oder übermorgen schon im nächsten Update-Video.